Kurz vor sechs, guten Morgen, liebe Zuschauer. Festgehalten und eingewickelt, sodass man ihn gleich mitnehmen kann. Der syrische Bombenbauer von Chemnitz wurde von Landsmännern gefangen und gefesselt und somit an die Polizei ausgeliefert. Eine kleine Sensation. Wie stehen jetzt aber andere Flüchtlinge dazu? Empfinden sie es vielleicht sogar als Verrat oder würden sie genau so handeln? Wir haben uns bei syrischen Asylbewerbern in Berlin umgehört. Mohammed Hami, Arwa Idres und Alex Asali. Sie alle haben Angst. Angst vor Menschen wie Jabba'a. Wegen solcher Menschen sind wir aus Syrien geflohen. Also wollen wir auch nicht, dass sie nach Deutschland kommen und wieder unser Leben zerstören. Die Leute, die das gemacht haben, sind Arschlocher. Das sind unnormale Menschen. Die sind krank. Da ist irgendwas in ihrem Kopf nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was da ist. Alex Asali lebt seit gut einem Jahr in Berlin. Er ist dankbar, dass er hier endlich zur Ruhe kommen kann. Der syrische Flüchtling hat eine klare Botschaft. Wir möchten den Deutschen etwas zurückgeben. Jeden Sonntagnachmittag steht der 39-Jährige hier am Berliner Alexanderplatz. Verteilt selbstgekochtes Essen an Obdachlose. Die Lebensmittel bezahlt er aus eigener Tasche. Und auch jetzt, als ganz Deutschland den Bombenbauer aus Chemnitz sucht, ist ihm klar, auch er muss etwas tun. Wir haben dann gesagt, dass wir sein Foto bei Facebook reinstellen müssen, um alle Syrer vor ihm zu warnen. Denn wenn er vor der deutschen Polizei flieht, wird er versuchen, bei einem Syrer unterzukommen. Alex teilt das Foto des 22-jährigen Syrers auf seiner Facebook-Seite. Wie viele seiner Landsleute auch. Inzwischen ist klar, auch der Mann, der Jabba'ah in seiner Wohnung gefesselt und der Polizei übergeben hat, hat über Facebook von der Suche nach dem mutmaßlichen Terroristen erfahren. Das Handeln ihres Landsmannes für Alex Assali, Mohamed Ami und Arba Idres selbstverständlich. Natürlich. Ich würde dasselbe machen, selbst wenn diese gefährliche Person mein Sohn wäre. Ich würde dasselbe machen, weil diese Menschen einfach sehr gefährlich sind. Ich wäre glücklich gewesen, wenn er zu mir gekommen wäre. Ich wäre glücklich gewesen, ihn festzuhalten, ihn selbst der Polizei zu übergeben. Wissen Sie, genau solche Menschen haben mein Leben zerstört. Ihretwegen habe ich meinen Sohn verloren. Alex Assali möchte nicht, dass noch jemand so viel Leid durch ISIS-Terroristen erfahren muss, wie er selbst. Das ist auch ein Teil meines Projektes. Wir wollen nicht, dass diese Menschen die deutsche Gesellschaft zerstören. Wir wollen sie erhalten, sichern und dafür kämpfen. Alle Syrer in Berlin haben gefeiert, als die Nachricht kam, dass die Polizei ihn festgenommen hat. Viele von ihnen haben das Foto gepostet, zusammen mit dem Mann, der die Polizei gerufen hat. Es ist normal, das zu machen, für jeden von uns. Wenn Sie mich fragen, er hat das wirklich gut gemacht. Mohammed Hami, Aura Idres und Alex Assali. Sie kommen aus Syrien. Sie haben Angst vor...